Wow, Jesus. Wow, es wird immer besser. Es passiert nichts, wenn du dich festhält. Und jetzt dreht euch nach rechts. Alex, du bist ein Schusser. Heute haben wir wieder etwas extrem Spannendes vor, was von mir und ihr seht schon neben mir habe ich meine Mutter Bridget stehen, was von mir und Bridget einiges an Beweglichkeit und Kraft erfordert. Und wenn man uns in den Videos schon etwas verfolgt hat, dann ist es das, was wir haben. Ja, auf jeden Fall. Bridget, erinnerst du dich noch an die Ballettzeiten zurück? Allerdings, ich habe eben schon dran gedacht. Mir tut jetzt noch die Hüfte von Ballett weh und wir wollen das Ganze noch etwas steigern, weil unser Ziel ist es, Bridget, der beweglichste Mensch in ganz Deutschland zu werden. Und wer wären wir, wenn wir das nicht testen würden in sämtlichen spannenden und spektakulären Sportarten? Heute haben wir etwas ganz Spektakuläres ausgesucht. Yoga. Allerdings so, wie wir es heute machen, habt ihr Yoga noch nie gesehen. Hallo, ich bin Nora. Ich habe hier dieses wunderschöne Yoga Studio in Koblenz Ehrenbreitstein. Nora bietet zusätzlich zur traditionellen Yoga Übungsform noch Aerial Yoga als Workshop an. Aerial Yoga ist aus der Bühnenakrobatik entstanden und unterscheidet sich vom klassischen Yoga, enthält einen großen Spaßfaktor und weckt das innere Kind. Ich bin ganz gespannt, wie meine zwei Kandidaten heute hier sich im Tuch machen. Sehr schön. Ich bin absolut gespannt und ja, Britta, ich bin vor allem auch gespannt auf dich. Ja, war mir klar. Wir machen das schon. So, genug ist, was? Falls ihr doch fallt. Do it for the clicks, Bridget. Ja, du kannst mich mal muscheln. So, und dann fangen wir erstmal an, ein bisschen uns warm zu machen. Erstmal vielleicht für die Sicherheit mal ganz hochgreifen ans Tuch. Und dann zieht ihr euch beide mal hoch und probiert mal, ob das hält. Ja, genau. Zeig deinen Bizeps. Dann schüttelt mal wie große Wäsche das Tuch aus. Oh, guck mal, wie elegant. Das kann ich. Ich finde, der Alex macht das besser. Oh, danke. Direkt sympathisch. Stellt euch mit dem Rücken zum Tuch und ihr legt die Daumen ins Tuch und die Finger sind außen. Und dann reingleiden. Und das Bein, was zu mir zeigt, nehmt ihr auf die andere Seite. Du willst dich wieder aufsetzen. Jetzt nimmst du hier eine Ferse ins Tuch und dann die Knie nach außen beugen und die Fußsohlen vor dir zusammenlegen. Oh, ich glaube, das ist das Video, in dem ich am schönsten aussieht. Wunderschön. Ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich in Fruchtwasser wiegen. Das ist ja wie ein Mutterleib. Ja! Wir fehlen nicht nur zu unserem inneren Kinn, wir fehlen zu unserem inneren Embryo. Und mal die ganze Körperrückseite ins Tuch. Erstmal nochmal sitzen bleiben und die Engelsflügelchen aus. Warte! Bin ich ein bisschen aus wie Batman? Lächeln. Genau. Und dann legt ihr euch der Länge nach ins Tuch. Wie so ein Wurm. Oh, ich glaube, so können wir schlafen. Ja, das ist auch die Entspannungshaltung. Shavasana. Was für ein Wasser? Mufasa. Die Haltung der Toten. Also die Entspannungshaltung. Ja, als Toter ist man auch ziemlich entspannt. Leg den Kopf auf den unteren, auf den rechten Arm. Also dich ganz, ganz klein machen. Nochmal wie so ein Embryo. Ich schlafe mir gleich ein, die zwei. Ich sag ja, Shavasana. Ich fühle mich auch wie ein Shavasana. Shavasana. Ich hoffe, ich sehe dabei so gut aus, wie ich mich fühle und nicht einfach wie so eine Mettwurst oder so. Wir fangen mal an mit dem Rippenhängen. Und jetzt machen wir den Wirbelwind. Und jetzt müsst ihr synchron sein. Jetzt sag es gleich an. Rechts, links. Und dann einmal rundherum. Oh, wow. Ich hoffe, ich habe gleich Vertrauen, dass ich keine Gehirnerschütterung habe. Und wir schwingen gemeinsam über rechts einmal rundherum. Nur einmal. Und dann... Was knackt denn da so? Sind das deine Zehen? Ich glaube, das ist meine Schulter. Ihr greift das Tuch schulterbreit. Und dann soll das Tuch da bleiben, an den Hüftknochen. Titanic. Check. 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 Ich flieh. Ja. Und einfach mal loslassen. Arme, Beine, Kopf baumeln lassen. Putsche, du siehst aus wie so ein Popel. Lass dich mal hängen, du feischling. Ach so. Hängen lassen. Genau. Da. Nochmal Füße aufsetzen und Füße heben. Oh. Oh, oder? Ja, sehr schön. Einfach Füße heben. Passiert nichts, wenn du dich festhältst. Alex, du bist ein Schiss ab. Ja. Oh. Oh, ich bin ein Delfin. Einfach Füße wieder aufsetzen. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt mein Becken mal gerade entlassen, mein Gebärfreudiges. Wir nehmen wieder eine Tuchkante zusammen, also beide Kanten oben in der Mitte zusammenlegen. Und dann haben wir den Stoff einmal doppelt gelegt. Warte, warte, warte. Ich bin beim Origami raus. Warte, warte, warte. Ich wollte einen Kran nicht falten. Ein Knie heben und langsam rein. Langsam zurückrollen. Jetzt wieder langsam runterrutschen. Oh. Und einen Haken her. Ja. Das ist aber jetzt wirklich so leer. Wie cool. Drück richtig und dann kannst du die Hände lösen. Was? Genau. Sehr schön. Handstand ohne Hände. So läuft einem die ganze Bronchitis in die Nase. Boah. Ich hoffe, ich sah genauso gut aus, wie ich mich gefühlt habe. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Jesus. Du bist auch sehr beweglich. Würde bewahren. Haltung bewahren. Bitte nicht zurück. Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. So viel zur Würde. Ihr dreht euch zum Tuch hin erst mal. Das Knie nach innen beugen und dich umdrehen. Am Tuch nach oben ziehen. Den Fuß. Oh. Ich fühle mich auch gerade so elegant. Druck mit dem rechten Fuß ins Tuch geben und den linken Fuß dazu. Das habe ich mir gedacht. Ich auch. Und dann den Po hoch über die Schulter. Oh. Das sieht schön aus. So will ich beerdigt werden. Wow. Oh. Wow. Und dann, wenn ihr euch traut, langsam loslassen nach unten. Ah. Ah. Der Atem fließt. Ich merke schon. Hier fließt so einiges. Schaut ihr euch einen Salto rückwärts dazu. Auf jeden Fall. Ein bisschen Kraft im Bauch. Sehr elegant. Wunderschön. Oh ja. Wow. Was ist das denn sehr schnell? Oh. Wow. Das wird immer besser. Das ist aber schon Abiturarbeit. So jetzt hier. Reinsetzen langsam. Genau. Die Beine öffnen. Oh. Genau. Oh. Das finde ich geil. Einmal rumwickelt. So wie oberhalb der Füße müsstest du jetzt greifen. Oh. Moment. Ich hätte es auch so geschafft. Ja, ja. Die Füße runter und die Knie durch. Es wird jetzt schneller. Und jetzt dreht euch nach rechts. Boah, Vater. Hier sagst du nichts mehr, hm? Macarena. Macarena. Was für die Klicks. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss gehabt. Mittlerweile denke ich mir so. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Wie gemütlich. Oh wow. Oh yeah. Das sah wirklich aus wie so ein kleiner Batman. The Phoenix. Oh, ich will nicht mehr. Weiter, weiter. Gut, 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 gut. Und jetzt wieder eine Rolle. Rückwärts und langsam die Beine ausfahren und den Oberkörper nach vorne strecken. Arme ausbreiten. Sieht bei uns alles noch ein bisschen gekrass aus. Das sieht super aus. Mega. Wenn ihr lächeln würdet, sieht man bei dir allerdings gar nicht, ob du lächelst. Das ist wirklich dieses Mal nicht übertrieben. Das war einer der spektakulärsten Sportarten, die wir je gemacht haben. Das sagst du jedes Mal, gell? Es wird auch immer spektakulärer, Pridget. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche noch kommen soll. Wenn man diese Übungsart nachmachen möchte, wie kann man dich denn finden? Über meine Homepage. Und Aerial Yoga ist jetzt auch in Koblenz. Das einzige Angebot, gerne einfach mal vorbeikommen. Wie würdest du sagen, haben wir uns fazitmäßig geschlagen? Ihr wart toll. Ich muss das so lange noch fragen, bis die Kamera an ist. Wenn die Kamera nachher aus ist, dann so... Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schaut euch diesen Sport an, egal wo ihr wohnt. Natürlich vorzugsweise hier in Koblenz, in der wunderschönen Umgebung hier. Und wenn ihr noch mehr weiteren spannenden Content sehen möchtet, oder die außergewöhnliche Sportarten, die ich mache, dann bleibt es nächste Woche dran. Bis nächste Woche. Showdi Ho! Tschüss. Tschüss.